In einer Zeit, in der Zügellosigkeit sich auswächst zur blanken Gier und dem Zerfall der Gesellschaft nur die totale Überwachung gegenübersteht. In einer Zeit, in der hochgeheime Eliten ihre Ziele schon verwirklicht sehen, weil das Herz der Menschen die Fähigkeit verloren hat, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. In dieser Zeit lebt Sophie, die kleine, aber auch hohe Herrscherin über allerlei Straßenkinder, Aidsweisen und Verrückte der verlassendsten Winkel der Stadt. Sophie, ein kleines Mädchen, in dem sich all das Hohe und Edle zu konzentrieren scheint, das der Menschheit verloren ging. Aber wer ist Sophie? Und woher kommt sie? Ist sie eine Tochter des vergessenen Gottes? Oder doch nur das Produkt eines Laborunfalls? Während ein genialer Wissenschaftler versucht, ihre Herkunft auf die Spur zu kommen, macht Sophie die Bekanntschaft mit einem irren Sektenboss. Von der Geschichte dieses Mannes seltsam berührt, macht sie sich auf, um gemeinsam mit ihren Freunden Licht in Rons Vergangenheit zu bringen. Vermag die Konfrontation mit Rons Wahrheiten, ihren perfekten Kinderstaat zu zerstören? Sophie, ein fantasievolles Abenteuer, das die tiefsten Bedürfnisse des Menschen berührt und an den Pforten einer heraneilenden Wirklichkeit rückt. Die Wahrheit des Anderen könnte auch die Deine sein. I. Untertitelung des ZDF, 2020